Mein Name ist Sönke Koch, ich komme von der Firma IT-Tech aus Rheinfeld in Holstein. Wir sind ein klassisches Systemhaus und bieten eben Hard- und Software im Standardbereich an und arbeiten mit der Firma Inline, die hier auch auf dem Stand ist, dann entsprechend zusammen und wir bieten Dienstleistungen rund um die EDV und alles was dazu gehört an. Wir sind Spezialisten für Individuallösungen und arbeiten also wirklich nah am Kunden. Wir verkaufen nicht einfach Standard-Sachen, sondern wir gucken was der Kunde wirklich braucht, beraten, machen Consulting und arbeiten sehr nah am Kunden. Das ist glaube ich unsere Spezialität und wir haben eine starke Manpower, das heißt wir stehen auch für die Kunden jederzeit parat. Ich hoffe auf nette Kontakte, dass man sich ein bisschen umguckt, dass man nette Leute kennenlernt und vor allen Dingen auch ein paar Geschäftskontakte knüpft. Vielleicht ist auch der eine oder andere Neukunde dabei für uns, das würde mich natürlich auch freuen, weil wir den Bereich hier in diese Richtung, Richtung Hamburg ausdehnen möchten. Wir haben gerade neues Personal und möchten das natürlich auch gut mit Arbeit versorgen können und ich denke, dass es hier auch ein gutes Potenzial gibt. Vielen Dank. Vielen Dank.